Musik 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 Hi Slavi Sind Sie oben? Ja. Hey! Ja? 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 Ja. Ja? Ja? Ja. Du bist hier falsch, Jeduska. Ich weiß nicht, aber es geht dir wahr. Ja. Irgendwiegen der Mädchen hier. Die hier haben sie mir neulich Abend gegeben. Wir verteilen viele Karten. Kriegst du noch einen Hoch, Jeduska? Ich suche ein ganz bestimmtes Mädchen. Sie ist ziemlich übel verprügelt worden. Ich denke, du hast bestimmt falsche Adresse, Jeduska. Die Kleine, sie hat Namen? Ihr Name ist Alina. Alina. Ah. Nein, sagt mir nichts. Aber wer immer sie ist, sie muss eine gute Schwanzlutscherin sein. Okay. Ja, ich verstehe schon. Diese Mädchen, die Sie vertreten. Ich weiß, die sind eine Investition. Also, ich kann Ihnen 9800 Dollar geben. Cash. Du willst mir geben 9000 Dollar? 9800. Cash. Wofür? Ihre Freiheit. Aha. Pass mal drinnen an, ihr wollt. Der Kerl gibt mir 9000 Dollar für eine einzige kleine Muschi. Ah, das ist wohl Ferrari-Muschi. Ihr Wichser denkt, ihr könnt aufkreuzen in meinem Laden und einfach alles kaufen, was ihr wollt. Wunderschöne russische Mädchen, kein Problem. Schmeiß mit deinem Scheißgeld um dich. Du beleidigst mich, du Wichser. Ich verarsch dich nur mal. Aber du hast echt Eier, hier aufzukreuzen. Das gefällt mir. Also. 9000 Dollar für Problemnote. Ein Monat. Das ist alles. Was? Du denkst, dass er sein Malzahlung, das verdiene ich mit kleineren zwei Wochen. Die ist noch ein Kind. Kann ich noch als Jungfrau verkaufen. Oberste Preisklasse für lange Zeit. Jetzt nimm deine scheiß Kohle, geh nach Hause und hol dir einen runter. 9800 Mal. Und dann kommst du wieder angekrochen und redest mit mir, ja? Bis dahin ist sie sicher durch. Vielleicht kriegst du dann ein Sonderangebot. Okay. Alles okay, Dieduschka? Auf Wiedersehen, Papa. Typisch Amerikanse. No da. Hast du was vergessen? Hahahaha, rosa-такa. 16 Sekunden. 21, 22, 23. 21, 22, 23. 24. 28 minus 9. 19. 19. Dein Herz schlägt dreimal so schnell wie normalerweise. Das liegt daran, dass du so viel Blut verlierst. In etwa 30 Sekunden werden deine Organe versagen und du wirst ersticken. Alina, die Kleine, die du geprügelt hast, wird weiterleben. Dein Leben endet hier, auf diesem versifften Fußboden. Wegen 9800 Dollar. Du hättest das Geld nehmen sollen. Wer bist du? 26, 27, 28. 3, 20, 29. Die Kleine, die du wieder verHerz, einkSTAJD ist mit einer Weg... tierne, 4, 20. 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 11, 9, 11. third, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 11. g